Kendall Jenner ist jetzt blond! Während die Keeping Up With The Kardashians-Darstellerin sonst mit ihren dunklen Haaren die Herzen ihrer Follower höher schlagen ließ, müssen diese sich nun an ihren neuen Look gewöhnen. So zeigte Kendall ihre neuen Haare nicht nur in ihrer Insta-Story, sondern präsentierte sich auch bei der Londoner Fashion Week auf dem Laufsteg bereits als Blondine. Während zunächst noch spekuliert wurde, ob es sich dabei lediglich um eine Perücke handeln könnte, wurde Kendall nun auch bei einem Konzert in England als Blondschopf gesichtet. Der neue Look der 23-Jährigen ist zwar durchaus gewöhnungsbedürftig, steht ihr aber. Doch wie kommen die blonden Haare bei den Fans des Models an? In den Kommentaren unter ihrem neuesten Insta-Post wird Candles neue Frisur definitiv gefeiert. So schrieb ein User beispielsweise, ich bin besessen von deinen blonden Haaren. Ein anderer Anhänger hieß die Reality-TV-Darstellerin dagegen direkt im Club der Blondinen willkommen. Damit schließt sie sich übrigens den Großteil ihrer Schwestern an, die in der Vergangenheit auch ebenfalls bereits blond waren.